Was hast du gestern gemacht? Ich war in das Fitnessstudio und es war gemacht und du? Ich bin im Park spazieren gegangen und dann mit meinen Freunden den Kaffee getrunken. Vorsicht, der Vogel fliegt auf deinen Kopf. Weg, weg, oh mein Gott, eine gefährliche Bestie. Schneller laufen, wir müssen uns verstecken. Okay, schneller.